Musik 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 Unser Jubiläum war wahnherzig, ohne in Kindschaft zu driften. Es war kreativ-künstlerisch, ohne abgehoben zu sein, festlich und feierlich, ohne zu vornehmen und elitär zu wirken, geschichtsbewusst, ohne verstaubt zu sein, mutig und neugierig, ohne gleich die Stadt in einem Handstreich neu erfinden zu wollen. Das war gerade die Gemeinschaft, die dieses Jahr zu etwas Besonderem gemacht hat. Gar nicht die Zahl, sondern das Gemeinsame in diesem Jahr. Oder anders gesagt, meine Damen und Herren, Sie war das. Ihre alle Mitwirkung hat dieses Jahr so besonders gemacht. Und deswegen nochmal mein ganz herzlicher Dank an Sie alle, dass Sie sich engagiert haben, dass Sie selbst aktiv geworden sind oder dass Sie einfach nur dabei waren, als Leute gebraucht wurden, die dabei sind, wenn es darum geht, etwas Tolles zu tun, als es darum ging, unsere Samt- und Seidenstadt zu feiern. Sie haben dieses Jubiläum mit Leben, mit Begeisterung, mit Kreativität geführt. Sie haben ganz deutlich gezeigt, was diese Stadt, was diese Stadtgesellschaft, was wir zusammen können, wenn wir alle an einem Strand ziehen. Und das heißt, die Szene mit DJ-DVW ist geniebend. Und das heißt, dass wir jetzt alle in unsere Stadt zeigen, wo wir alle in der Stadt genesen, wo ich wirklichehrere, dass wir uns im Ernst hast oder這種? Es hat sich gelohnt, weil Sie alle, die Krefelderinnen und Krefelder, mitgezogen und das Jubiläum 650 Jahre Krefeld mit Ihren Ideen belebt haben. Weil wir gemeinsam bleibende Momente geschaffen haben, weil wir unsere Stadt vielleicht auch besser kennengelernt und ihr Potenzial noch stärker in den Blick nehmen konnten. Und weil ein neues Gefühl für Heimat, für Zugehörigkeit und für Gemeinschaft entstanden ist, weil in Krefeld, dieser Stadt, die sich ja so gerne auf Sinn- und Identitätssuche begibt, auf einmal vieles zusammenblasst. Die bleibenden Fundamente und Kraftfelder unserer Stadt, aber auch Chancen auf Wandel und Veränderung. Meine Damen und Herren, unser Stadtjubiläum 650 Jahre war eine solche Einladung zum Teilnehmen, zum Mitmachen, zum Zuschauen, aber auch zum Selbsterfinden und Mitgestalten. Dass Sie dieser Einladung so zahlreich und auf so unterschiedliche, vielfältige Weise gefolgt sind, das hat uns alle in der Verwaltung, in der Politik sehr, sehr froh gemacht. Und ich hoffe, dass ich für viele spreche, wenn ich sage, Krefeld ist uns in diesem Jahr noch mal ein Stück mehr ans Herz gewachsen. Und Sie wissen, da, wo das Herz schlägt, da ist die Heimat. Danke, dass Sie ein Teil davon sind, dass Sie ein Teil im Jubiläumsjahr waren und es auch im 651. Jahr unserer Stadt weiterhin bleiben. Vielen herzlichen Dank und alles Gute für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.